Auf Rüstkaffee ist 2,19 Euro Kaffeesteuer pro Kilogramm. Und das Verrückte, auf die Kaffeesteuer kommt die Mehrwertsteuer obendrauf. Das heißt, die eine Steuerart erhöht die andere sozusagen. Das ist legal laut der EU-Mehrwertsteuersystemrichtlinie, wenn man Geld sparen will. Beim Espresso Fiskale bei Rose Market gibt es mit dem Code steuerfabi 10% Rabatt.